Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptoware. Damit herzlich willkommen zu neuen Bitcoin-Chart-Analyse. So, der Kurs ist heiß und möchte einen Support aufbauen. Wir haben gestern unser Key-Level definiert, was hier durchbrochen werden musste. Das lag bei 18.800 und wurde durchbrochen. Du siehst hier bei dem Regressionskanal, was passiert, wenn dieser durchbrochen wird. Das Ganze geht nach oben, aber wie zu erwarten ist der Kurs aktuell, der Markt zu schwach, um hier wieder in diesen bullischen Trend mit reinzukommen. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass Bitcoin ein höheres Tief baut, damit wirklich nochmal der Pump nach oben kommt und vor allen Dingen unten die 18.800 möchten als Support dienen. Und wir haben es eben angesprochen, das ist unser Key-Level für den Regressionstrend. Das heißt, wenn das Ganze gebrochen wird, wird höchstwahrscheinlich unsere Green Zone, die du so leicht hinter mir erkennen kannst, nochmal angetestet. Also zum Wochenschluss gibt es nach diesem Crash nochmal einen kleinen Krimi. Also bleib hier, wir werden alles für dich hier aufbereiten. Also alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast und man merkt so langsam, Krypto-YouTube kommt so ein bisschen wieder ans Leben. Ich habe es gestern schon gesagt, dass mich per E-Mail ziemlich viele Anfragen aus der Industrie erreichen. Aber man sieht auch hier auf dem Kanal, dass dort so ziemlich alles an Metriken steigt, was es so gibt. Freut mich sehr. So, vielleicht mal ein bisschen runter. Ich hoffe, es quietscht für euch nicht zu sehr oder für dich. So, also fangen wir direkt an. Unser Setup noch von gestern, das solltest du kennen. Falls nicht, gerne ein Abo dalassen. So, also, genauso wie wir uns das gestern vorgestellt haben. Wir können es gerne nochmal hier gegenchecken. Das heißt, wenn wir hier ein FIBO-Level anlegen, dann siehst du, dass hier beim 0,5er, beziehungsweise in der Range, die ich mir hier definiert habe, der Abverkauf kam. Fakeouts über das 0,5er. Aber wie gesagt, das ist halt hier ein ziemlicher harter Tobak, den wir hier haben. So, damit das Ganze aufgeklärt. Und als solches sehen wir hier schon ziemlich, dass unser Key-Level jetzt durch diesen Pump relativ schwierig wird, wenn wir hier nach oben ausbrechen wollen. Also, es muss hier wirklich beim 0,382 FIBO, also bei 19.125 hier bei mir, muss hier tatsächlich der Support gefunden werden, damit es weiter hoch geht. Was ich ja auch gesagt habe, das ist das höhere Tief, was jetzt hier gebaut wird, damit ein höheres Hoch gebaut werden kann. Die Kurse bewegen sich ja immer in Wellen. Kaufen, verkaufen und so weiter und so weiter und so fort. Also, erstmal hier die Richtung Support halten nach oben. Falls das Ganze nicht funktionieren sollte, werden wir uns jetzt auch einfach mal erarbeiten. Wunderbar, unser Golden Pocket, du siehst es hier, ist sogar höher. Das liegt nämlich nicht bei 18.800, sondern bei 18.839 bis 18.869. Das heißt, hier ist erstmal das Ganze okay, was wir hier haben. Also, die Chancen, dass hier wirklich selbst bei einem Dump, nicht Crash, Dump, das Ganze hier als Support aufgebaut werden kann. Sprich, in dem Extremfall das hier, nach oben, ist jetzt erstmal vorsichtig gegeben, so wie wir das hier aussehen. Ich weise aber trotzdem nochmal darauf hin, dass unser Abwärtskanal hier diesem Abwärts trennt. Wir machen es mal so. Beziehungsweise, zack, zack. So, dann sieht man es vielleicht besser. Das ist unser Abwärtstrend, dass der hier das Ganze konterkariert. Das heißt, hier oben haben wir auf jeden Fall den Deckel mit drin. Auch hier das Trading-Volumen ist hier oben gegeben. Das heißt, spätestens hier, selbst wenn wir hochbrechen, wird erstmal Stop sein. Das Ziel ist hier das Breakout-Level, was wir haben. So, zack. Du siehst das hier. Auch hier kannst du es jetzt hier historisch nach hinten ziehen. So, Entschuldigung fürs Ruckeln. Oh, zack. Ja, hopp. So, machen wir das hier. Also, 19.868. Roundabout unser altes All-Time-High, hatten wir ja schon gesagt. Also, alles wie gehabt. Ansonsten, zack. Holen wir uns mal im Daily, damit du auch siehst, woher das kommt. So, zack. Klappt ja super. So, machen wir es einfach nochmal weg. Wir holen uns nämlich den Volumen-Indikator, den ich gestern vorgeschlagen habe. Und wir wollen selbstverständlich hier so den Big Shot haben. Das heißt, von oben nach unten, um zu schauen, wo das Ganze hingeht. Im Kleinen. Wobei, wir machen das Kleine. Wir machen das Kleine. So, wir machen nämlich vom Dump bis heute und schauen hin, wo ist denn der Volume Point of Control. Also, wo wurde am meisten gehandelt. Und dann siehst du dort, wo ich es eingezeichnet hatte vorher. Bei dem Dump-Niveau ist jetzt hier auch der Repop mit drin. Das heißt, hier 19.787 ist, da möchte der Preis hin. Wir haben immer noch diese bullische Gegenbewegung. Zum Ergänzen, was ich ja eben gesagt habe, höheres Tiefbauen, damit es eben nach oben geht. Aber hier oben, der Deckel ist drauf. Also, hier oben in der Range wird es der Kurs schwer haben, eben die 20.000er Marke zu erreichen. Und wir behalten uns immer noch im Kopf. Eigentlich ist die 20.000er Marke so, wir müssen nämlich 20.500 schaffen tatsächlich in der Summe. Das heißt, wir wollen hier oben in diese Range mit rein. Und ich könnte jetzt noch bärischer sein, aber das lassen wir. Das weißt du ja, wenn wir im Wochenchart nochmal eine Stufe hochdrücken, sind wir immer noch, wenn man nach den Jahreszeiten geht, im Kryptowinter. Und ja, könnte noch eine Weile dauern. So, haben wir das. Wir switchen jetzt ganz schnell maschinengewehrartig durch unseren stochastischen RSI. Der hat uns sehr viel geholfen, beziehungsweise wir müssen jetzt so nach dem Dump selbstverständlich für den Rest der Woche gucken, was der Trend ist. Also der Trendverlauf aktuell. Im 1-Stunden-Chart haben wir hier die Diskussion zwischen RSI und MACD. Der MACD möchte hier gerne bärisch crossen und einen Abverkauf starten. Und der stochastische RSI möchte hier tatsächlich wieder steigen. Das heißt, Supportbildung rund um dieses Level von 18.800 ist hier wahrscheinlich. Ein Ausbruch nach oben, wie gesagt, ist hier gedeckelt bei 19.817 und dürfte nur von kurzer Dauer sein. Das heißt, hier spätestens um bei der Trendlinie sollte Schluss sein. So sieht das im 1-Stunden-Chart aus. Und als ich seit 2-Stunden-Chart drücke, auch wieder nach hinten bekräftigt eben die Aussage aus dem 1-Stunden-Chart, dass es sich maximal um einen Fake-Out handeln könnte, wenn wir hier steigen. Wohl aber die Wahrscheinlichkeit höher liegt, dass wir hier einen Support aufbauen wollen um unser Key-Level 18.800. So, das gleiche sieht hier aus. Wir sehen schon, dass die Bullen hier schwächeln. Der stochastische RSI durch diesen Abverkauf ist hier dabei bärisch zu crossen. Und hier ist das beim unterkauften Bereich der MACD, der Trendfolgeindikator. Du siehst es hier, das Crossing, was hier geschehen ist. Eigentlich ein bullisches Signal. Siehst du auch in diesen kleinen grünen Balken nach oben, dass wir jetzt hier langsam bullisch crossen. Trotzdem, wie gesagt, in kleineren Zeiteinheiten steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier den bärisch Cross haben werden. Das Absack der Kurs hier runter sich mal wieder schlängelt, so wie wir es hier oben hatten. Ähnlich die letzten Tage bzw. Wochen oder letzte Woche im Daily-Chart. Ja, hat es der Markt noch nicht so ganz verdaut. Es ist zwar der Pump so leicht gekommen. Der Anstieg der stochastischen RSI ist hier leicht gekommen. Wir haben hier auch diesen bullischen Cross, deswegen wird es wahrscheinlich hier nochmal einen Cross geben, wenn das Ganze hier runter geht. Also die Richtung geht hier runter, das heißt nochmal ein Cross und trotzdem wird der stochastische RSI wahrscheinlich hier runtergezogen. Sollten nicht die Market Maker hier nochmal ordentlich Volumen reinpumpen, wird es aber allen Anschein nach nicht. Das heißt, wir brauchen das Setup morgen für das Wochenende bzw. der Start der nächsten Woche wird so ein bisschen die Richtung für den Monat vorgeben. Und damit kann ich nur sagen, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, morgen bauen wir das Setup fürs Wochenende und wie gesagt, Abo lohnt sich, weil wir werden jetzt auch einfach mal schauen, was macht Bitcoin nach diesem Dump. Also, mach's gut. Also, wir brauchen das Setup.